Ja, hallo, grüß euch! Heute tanzen wir zusammen Rock, Paper, Scissors, also Stein, Papier, Schere, choreografiert von Maggie Gallagher. Der Tanz hat 36 Counts. Wir tanzen vier Wände und haben auf 12 Uhr in der vierten Runde eine Brücke, die wir euch dann zeigen. Ja, ich würde sagen, fangen wir an. Ja, wir fangen an mit einem Out-Out, ein Cross-Rock, Side-Rock, Walk-Walk, Gewicht ist links, rechts ist frei. Drei Schritte zurück. Run, Run, Run. Gewicht ist rechts, links ist frei. Zusammen. Fünf, sechs, sieben, acht. Out, Out, Cross-Rock, Side-Rock, Walk, Walk, Run, Run, Run. Jetzt kommt der Coaster-Step und ein Locking-Shuffle nach vorne. Coaster-Step, ein Locking-Shuffle nach vorne, ein Spitz-Hack-Touch und Cross-Side. Machen wir zusammen. Von vorder. Five, six, seven, eight, Out, Out. Cross-Rock, Walk, Walk, Walk zurück. Run, Run, Run. Coaster-Step, Coaster-Step. Locking-Shuffle. Spitz-Hack-Touch und Cross-Side. Mit den Krauts. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier und fünf. Sechs, sieben und acht. Eins und zwei, drei und vier, fünf und sechs und sieben, acht. Jetzt machen wir ein Spitz-Hack-Spitz und Cross und Cross. Ein Rock-Side mit dem linken Schritt zurück. Ein Cross und Viertel, Viertel und noch ein Viertel. Okay? Zusammen. Spitz-Hack-Spitz-Cross-Shuffle. Fünf, sechs, sieben, acht. Spitz-Hack-Spitz und Cross. Und Cross. Side-Back-Cross-Viertel. Eins, zwei, drei. Okay? Wir machen mal von Anfang an, weil dann kommen, wie heißt so schön, das Fuß gefunden. Zeigen wir euch. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier und fünf. Sechs, sieben und acht. Eins und zwei, drei und vier, fünf und sechs und sieben und acht. Und linker Fuß dran. Walk, walk. Ein Mambo. Mambo back. Gewicht ist rechts, links ist frei. Jetzt kommt ein Toe-Strut. Ein Heel, Heel. Toe-Strut. Heel. Ein Touch. Ein Heel. Ein Walk. Walk. Viele machen, weil es relativ schnell wird, machen statt den sauberen Toe-Strut zu setzen, machen sie ein Touch und auch okay. Ja? Weil es wird schneller und da kann man auch mal ein bisschen kaschieren. Okay. Von wo machen wir weiter von vorne? Mit dem Fußgefudel zeigen wir euch dann nochmal langsam und machen dann das Fußgefudel nochmal. Fünf, sechs, sieben, acht. Out. Out. Cross. Rock. Side. Rock. Walk. Walk. Zurück. Run. 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 Close the step. Lock in. Schapel. Lock in. Schapel. Spitz. Hack. Spitz. Run. Cross. Side. Spitz. Hack. Spitz. Und cross. Und cross. Cross. Und viertel. Geht. Eins. Drei. Und walk. 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 Mambo. Back. Toe-Strut. Heel. Heel. Toe-Strut. Heel. Und toe. Und heel. Und walk. 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 Ja? Ja? Nehmen wir mal ab den Viertel. Genau. Cross und cross. Kommen wir an. Ja? Jetzt machen wir die drei Viertel. Side. Back. Cross. Viertel. Eins. Viertel. Zwei. Viertel. Drei. Und walk. Walk. Der Mambo. Mambo. Back. Jetzt die Füße. Toe-Strut. Heel. Heel. Toe-Strut. Heel. Ran. Toe. Und heel. Und walk. Walk. Okay? Ich glaube, wir zählen den ganzen Tanz nochmal durch. Sicherheitshalter. Und dann machen wir die Musik ab. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Und fünf. Sechs. Sieben. Und acht. Eins. Und zwei. Drei. Und vier. Fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und eins. Zwei. Drei. Und vier. Fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und eins. Zwei. Drei. Und vier. Fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und eins. Zwei. Drei. Und vier. Okay? Kurz zur Brücke. In der fünften Runde haben wir gesagt, vier Schritte, ein Walkaround nennt sich das. Also vier Schritte. Fünf, sechs, sieben, acht, eins, zwei, drei, vier, out, out, okay? Mit Musik, auf geht's. Wir haben Zeit. 32 Sackstrecken haben wir Zeit. Also, alles gut. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020